Willkommen bei Musikmesse TV. Ihr seid hier bei Blackstar am Stand. Blackstar hat ja vor zwei Jahren circa die ID.Core Serie auf den Markt gebracht. Das waren kleine Übungs-Amps in 10, 20 und 40 Watt mit Super-White Stereo Wiedergabe. Jetzt ist es Zeit die ID.Core Serie auf die Bühne zu bringen und deswegen haben wir in diesem Jahr den ID.Core 100 und ID.Core 150 bei dem unteren Preissegment, was sich aber Gott sei Dank nicht auf den Sound ausgeschlagen hat. Beide Amps laufen Stereo und haben dieses Super-White Stereo Feature, wie es auch bei den kleinen Amps vorhanden ist. Das kann man aber abschalten, wenn man es auf der Bühne zum Beispiel nicht braucht. Da sind zwei 10 Zoll Speaker drin, custom-made für diese Amp-Serie. Außerdem haben wir die komplette Effektpalette wie bei den kleinen ID.Core und zusätzlich noch einen Octaver und einen Looper, mit dem man eben halt zu den Loops kreieren kann und dann zu den Loops dazu performen kann. Die Amps werden sich zwischen 299 und 399 Euro bewegen. Die Amps werden sich zwischen 299 Euro bewegen.